Action-Star Sylvester Stallone wurde durch die Darstellung des Boxers Rocky Balboa und des Vietnam-Veterans John Rambo bekannt. Wer ist Sylvester Stallone? Sylvester Stallone wurde berühmt, weil er der Drehbuchautor und zugleich der Hauptdarsteller des preisgekrönten Spielfilms Rocky von 1976 war. Er wurde zu einem der größten Action-Film-Stars auf der gesamten Welt durch seinen Auftritt in den Rocky- und Rambo-Filmen. Nach einem Karriereknick meldete er sich mit dem Erfolg der Expendables im Jahr 2010 wieder an den Kinokassen zurück. Ferner heimste er gute Kritiken zur Wiederbelebung seiner Rocky-Idee durch den Kinospielfilm Creed im Jahr 2015 ein, welcher ihm einen Golden Globe und eine weitere Oscar-Nominierung einbrachten. Frühe Anfänge, Schauspieler, Drehbuchautor, Regisseur und Produzent Stallone wurde am 6. Juli 1946 in New York City geboren. Sein erschlafftes Gesicht, welches zu einem Markenzeichen wurde, war das Ergebnis eines Unfalls mit einer Geburtszange bei seiner Geburt. Dabei wurde ein Nerv eingeklemmt, welcher bei ihm auch eine undeutliche Aussprache hinterließ. Stallone hatte eine schwere Kindheit. Er und sein jüngerer Bruder waren immer der Gegenstand der feindlichen Auseinandersetzungen ihrer Eltern, welche sich später scheiden ließen. Stallone war in jungen Jahren ein Pflegekind. Als er etwa fünf Jahre alt war, zog sein Vater in das Gebiet von Washington D.C., wo er seine eigene Kette von Kosmetiksalons eröffnete. Stallone lebte mit seinem Vater nach der Scheidung 1957 auch ein paar Jahre in Maryland. Er hatte seelische und auch schulische Probleme und flog deshalb mehrfach von der Schule. Ein paar Jahre später zog er zu seiner Mutter und deren zweiten Ehemann nach Philadelphia. Dort besuchte er eine Schule für Kinder mit Lernschwierigkeiten. Nach seinem Abschluss ging er auf eine Hochschule. Zunächst besuchte er die amerikanische Hochschule in der Schweiz, auf welcher er Theaterwissenschaften studierte. Später ging er auf die Universität von Miami und studierte dort die gleichen Fächer. Er verließ allerdings die Uni ohne Abschluss, um in New York Schauspieler zu werden. Aufstrebender Schauspieler Während er noch auf seine große Chance beim Film wartete, übernahm er alle möglichen Jobs. Er reinigte die Löwenkäfige im Zoo im Central Park, war Platzanweise in einem Kino und tauchte 1970 in einem Pornofilm mit dem Titel »The Party and Kitty and the Stats« auf. Einige kleinere Rollen in Filmen wie »Bananas« von Woody Allen 1971 und »Cloot« im gleichen Jahr folgten. Allerdings wurde sein Name nicht im Nachspann erwähnt. 1974 spielte er in dem Spielfilm »The Lords of Flatbush« mit Henry Winkler und Perry King eine etwas größere Rolle als »Hart der Bursche«. Zu jener Zeit heiratete er Sascha Zeck. Neben der Schauspielerei interessierte sich Stallone auch zunehmend für das Schreiben von Drehbüchern. Er entwickelte damals die Geschichte eines glücklosen Schlägertypen, welcher von einer großen Karriere als Profiboxer träumt. Mehrere Quellen verweisen darauf, dass Stallone das Drehbuch nur dann verkaufen wollte, wenn er selbst darin mitspielen durfte. Und obwohl seine Frau damals schwanger war und sein Bankkonto so gut wie leer, wartete er hartnäckig, bis er endlich zwei Produzenten, Irwin Winkler und Robert Chartoff, gefunden hatte, welche ihm die Hauptrolle gaben. Action Hero Rocky und Rambo Dieser Film kam 1976 heraus und wurde ein großer Erfolg. Rocky bekam insgesamt zehn Oscar-Nominierungen, unter anderem »Bester Schauspieler, Regisseur und Film«. Rocky hatte damals große Konkurrenz durch Filme wie »Taxi Driver«, »All the Presidents Mean« und »Network«, aber es war schließlich der kleine Film, welcher die begehrten Oscars mitnahm. Die Geschichte des Boxers Rocky Balboa, dem buchstäblichen Underdog, bewegte die Kinozuschauer mehr als die anderen Filme und brachte Rocky an der Kinokasse mehr als 117 Millionen Dollar ein. In seinem nächsten Film »Fist« von 1978 spielte er einen Gewerkschafter. Für diese Rolle bekam er zwar einige gute Kritiken, aber der wirtschaftliche Erfolg beim Publikum blieb komplett aus. Er kehrte deshalb zu seinen Wurzeln zurück und schrieb das Drehbuch zu Rocky II, welches 1979 verfilmt wurde. Außerdem führte er bei diesem Film auch Regie. Er sorgte ferner für eine Fortsetzung dieser Reihe mit Rocky III im Jahr 1982. Im gleichen Jahr entwickelte Stallone einen neuen Charakter für die Kinozuschauer, und zwar John Rambo. Es handelt sich dabei um einen Vietnam-Veteranen, welcher Probleme bei der Wiedereingliederung in Amerika hat. Rambo legt sich in diesem ersten Teil in einer Kleinstadt mit der Polizei an, welche ihn schlecht behandelt hatte. Und noch einmal holte Stallone mit diesem Film »Gold« an der Kinokasse. Nach diesem Erfolg machte sich Stallone gleich wieder an die Arbeit und schrieb das Drehbuch zu »Staying Alive«. Dieses Buch wurde 1983 verfilmt und erführte auch Regie. Obwohl bei diesem Film auch John Travolta mitspielte, welcher nach »Saturday Night FIFA« wieder den Anschluss an seine Karriere suchte, funktionierte er an der Kinokasse trotzdem nicht. Um sich ein neues Image als Schauspieler zu verschaffen, übernahm Stallone an der Seite von Dolly Parton 1984 im Kinospielfilm »Rhinestone« eine Hauptrolle. Aber dieser Film war sowohl künstlerisch als auch kommerziell ein totaler Flop. Besser lief es hingegen für Stallone mit »Rocky 4« 1985, »Rambo 2« 1985, »Rambo 3« 1988 und schließlich »Rocky 5« im Jahre 1990. Er spielte ferner 1991 noch im Film »Oscar« und 1993 im Kinospielfilm »Demolition Man« mit. Der Karriereknick Mitte der 90er Jahre ließ seine Ausstrahlung an der Kinokasse deutlich nach. Er machte in einer Reihe von Filmen mit, welche man heute getrost vergessen kann. Zu ihnen gehören Judge Dredd von 1995 und »Daylight« von 1996. Um eine Auszeit aus den großen Actionfilmen zu nehmen, drehte Stallone zusammen mit Harvey Keitel, Robert De Niro und Ray Liotta den Film »Copeland« im Jahre 1997. Er bekam gute Kritiken für die Rolle eines Sheriffs in einer kleinen Stadt in New Jersey, in welcher hauptsächlich Polizisten aus New York wohnten. 2000 spielte Stallone in »Get Carter« mit, welcher ihm nur gemischte Kritiken einbrachte. Anschließend schrieb er den Rennfahrerfilm »Driven« von 2001, bei welchem er auch als Co-Produzent auftrat. Weil dieser Film auch in Deutschland gedreht wurde, erhielt ich das Drehbuch aus Amerika, weil ich es für meine Kunden aufbereiten musste. Es überzeugte mich nicht und machte an der Kinokasse schließlich nur einen Umsatz von 32 Millionen Dollar. Auch sein nächster Film »Shade« von 2004 verschwand mehr oder minder unbemerkt in der Versenkung. 2006 kehrte Stallone erneut auf vertrautes Terrain zurück und schrieb die Geschichte von Rocky Balboa, einem Weltmeister im Schwergewicht, welcher aus dem Ruhestand zurückkehrt, um noch einmal einen großen Kampf auszuführen. Seine Fans kamen jedenfalls erneut zurück und ließen die Kinokassen in den USA mit 70 Millionen Dollar klingeln und im Rest der Welt mit 85 Millionen Dollar. Stallone holte deshalb auch seine zweite Filmfigur, nämlich John Rambo, zurück. Er schrieb nicht nur das Drehbuch, sondern spielte auch die Hauptrolle und führte die Regie. Dieses Vorhaben brachte schließlich 42,7 Millionen Dollar ein. 2010 spielte Stallone schließlich zusammen mit Bruce Willis und Arnold Schwarzenegger bei den Expendables mit. Zur Besetzung gehörten auch Jason Statham und Chad Lee. Schon 2012 kam es zu einer Fortsetzung mit den Expendables 2. 2014 folgte die dritte Auflage zusammen mit Harrison Ford und Mel Gibson. Und wie wir hier sehen, gibt es auch schon wieder die ersten Gerüchte über die Expendables 4. Die Karriere des Sylvester Stallone ist deshalb noch längst nicht beendet. Im nächsten Video geht es um Cameron Diaz und wer diesen Film nicht verpassen möchte, der sollte tunlichst meinen YouTube-Kanal abonnieren. eron. vicinity 41 42 Vielen Dank.